hallo liebe freunde und herzlich willkommen zur neuen folge titanfall 2 übrigens danke für die 100 abonnenten jetzt sind wir endlich 100 ein dank jetzt hier an alle die zu diesen 100 dazugehören ich freue mich wirklich dass wir die 100 jetzt geschafft haben die 200 können gerne folgen in den nächsten paar monaten oder so und ja leider übrigens auch danke für den support in der vergangenen folge von titanfall und ja let's go jetzt ja aber in den kampf go 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 ob ich ein special noch machen werde weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so kommen wird aber denke ich mal noch was wegen den 100 war ja auch nicht alle abonnenten hier titanfall sehen oder battlefield bei battlefield habe ich es auch schon gesagt und so habe ich es auch schon angesprochen mit den 100 aber ja das gucken sich immer noch nicht alle an und darum werde ich noch mal ein separates video eben dazu machen jawohl so wir rennen mal ganz schnell lang haben wir hier irgendwo ein gegner wo ist der krater dann geflogen ob es gerade fliegen gesehen das war noch ein front zu dort dann holen wir uns mal ganz nie geht gleich noch weg oder wir gucken erstmal hier das ist so nah oder jawohl ein hammer von den beiden wo ist der zweite hin ok da wurde auch schon weggeholt sehr gut ok läuft bis jetzt ganz gut hier ich glaube das hätte ich nicht sagen sollen weil wenn ich sowas sage dann das war immer leute was dann passiert dann dass sie der tod kommt was geht hier ab heftig oh shit so kommen 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 ich will noch welche weg holen titans bereit jawohl sehr schön einsteigen schnell hallo so hallo mein kleider teiten schnell weg oh wenn wir haben wir da gerade gesehen naja jetzt haben sie wieder angst jetzt haben sie angst komm wir gucken mal ob hier vielleicht irgendwo schon ein gegnerischer titan ist so sehen wir hier irgendwo ein gegnerischen titan schon ich sehe gerade ehrlich gesagt noch gar nichts hier ein gegnerischer titans ist schon ein bisschen schade hat bock auf einen titan kam oh shit wo ist der typ hin da oben ist er jawohl ok wir spielen heute echt gut das habe ich auch von vor uns oder battlefeed folge gesagt das würde echt gut spielen hier leute ok selbstzerstörung go wir landen jetzt hier und die ki gegner dort hinweg zu holen oder nicht weg wo spektrake ok gewusst hat heute haben wir haben eine waffe ja um ihn aufzuhalten dort hinten wo mein von hinten wo jetzt gehen wir auch hier wie speedy gonzalez ab oh karen die schlacht zurück ja ist ja gut spiel so piloten assist sehr schön wir haben jetzt gleich schon wieder unseren titan hier zusammen so komm her bam boah übrigens leute es könnte sein dass es vielleicht die letzte titanfall folge wird vielleicht mache ich noch mal ein paar videos titanfall bockst ich zwar gerade bei mir aber auch ehrlich gesagt macht es mir nicht mehr so viel spaß titanfall und das liegt aber auch an noch was anderen dass ich bettel viel titanfall jetzt vermutlich erstmal aufhören muss und zwar weil er mir jetzt auch kommende projekte dran kommen also neue projekte und ja ihr wisst ja ich bin ja hier auf der playstation 4 so und ich habe noch die ganz von anfang die mit 500 gb so und ja meine fastball ist fast voll also die ist fast immer voll aktuell und ja deshalb muss ich mich leider von einem projekt trennen und ich denke mir das wird titanfall sein weil battlefield macht mir da schon noch ein bisschen mehr spaß aber titanfall wird wenn dann auf jeden fall auf jeden fall wieder zurückkehren weil ihr wisst ja jetzt kommen andere projekte was für projekte wissen ja einige schon und falls es nicht wisst lasst euch einfach überraschen ihr seht ihr hier auf dem kanal so jawohl aber jetzt haben wir erstmal unseren titan wieder unsere geilen unseren kleinen titan wird gerade sagen so hauen sie mal ab ja und rein hier man auch ronin so hieß da ja dort halten hier hauen sie mal ab ja sie tun meinen zeiten wehen bitteschön boah wie viel schaden macht er denn sonst ja ist ja mal heftig komm es selbst zerstörung was haben wir denn nicht mit dem tod genommen ist doch schon eine kacke boah ich will den titan ja auch haben denn der hat schnell weg so kommt wir unterstützen mal den hier ein bisschen gegen den titan boah noch ein zweiter ok keine chance das unterstützen das machen wir doch eher weg oder ne 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 den könnten wir ja boah nein haben wir uns selber jetzt getötet mit der waffe ne schlacht gerade schon weil wir gegen die wand geschossen haben dass irgendwie so eine art explosion uns darum getötet hat so kommt ich muss zugeben die neue fähigkeit die man jetzt hier benutzen gefällt mir ganz gut mit der schnelligkeit aber irgendwie habe ich auch den nachteil dass wir diesen haken nicht haben und der haken war eigentlich schon manchmal sehr praktisch wo da mein komm 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 wo ist denn ich weiß es nicht wo hier granate da kommt wo ist denn noch einer wo das hat wege getan wir machen mal hier eine ah dort oben auch ein abwehrgeschütz ah wird er sowas wie die kleinen noobs also so gesehen auch für mich ich bin hier nicht der oberkrasse titan vor spieler kommt blödes geschütz wo lass ich mich rein boah heftig 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 was geht hier gerade ab ich wieder das geschütz hier also das geschütz leute das muss weg nein ach da war er 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 vielleicht mache ich nochmal ein bot titan vor videos weil es kommt ja auch gut bei euch an titan vor ja vielleicht werde ich nochmal ein paar videos ja vor produzieren komm hier alter boah ey junge ich buchse nicht um ich buchse ach ne ich buchse ich doch nicht um ach schade ich hätte ihn gerne umgeboxt hätte ich wirklich gerne los teilen beruhig machen für teut den troll so aber was ich ehrlich gesagt auch hoffe dass respawn entertainment noch mal einen titan v3 macht schlester gar nicht hat sich teilen vorher gut verkauft halten vor 2 also ich denke gut verkauft hat sich bestimmt aber ich denke mal ein battlefield hat er schon ein bisschen mehr geführt aber ja ich frage mich gerade echt ob nochmal einen titan v3 entwickelt wird also ich finde es ehrlich gesagt cool könnte ich mal eure meinung dazu in die kommentare schreiben falls ihr battle äh battlefield ach was will ich heute egal mit battlefield falls ihr titan vor gespielt habt ob ihr nochmal bock hättet auf einen dritten teil ich persönlich ja weil ich fand die story die ja einige wissen habe ich ja schon in anderen titan vor videos gesagt echt gut hier oh nein ja das hat weh getan ich glaube nicht nur ein bisschen aber der titan mit dem mini gun teil dort der es wirklich stark muss man einfach sagen ich will den jetzt nicht als op darstellen aber da ist schon heftig so komm schaffen die es hier vielleicht noch das raumschiff oder wie das auch heißt hier abzuschießen also zu zerstören nein ich habe sie doch nicht schade aber wirklich ein jammer schade ja war eine recht gute runde jetzt hier also wir haben wirklich eigentlich ganz gut gespielt muss man sagen ich würde sagen wir lassen es heute mal bei einer runde hier ich denke mal wird schon nochmal eine folge kommen eine aber da noch wirklich erstmal titan vor nicht mehr tut mir leid für die die dieses projekt gefeiert haben aber zurückkehren wird es wirklich titan vor das versprechen habt ihr sowieso schon von mir also titan vor wird auf jeden fall nochmal zurückkehren weil es mir auch eigentlich spaß gemacht hat aber wie gesagt ich brauche immer auch nochmal speicherplatz und ja bald habe ich das problem sowieso nicht mehr weil ich mit dem nicht demnächst die p4 pro holen will für kommende projekte zum beispiel in horizon zero dawn oder so weil das ist ein spiel zum beispiel horizon zero dawn wo ich mich übelst drauf freue und ja ich will jetzt aber auch nicht mehr über andere spiele noch so reden ja leute lasst uns einfach eine bewertung da schreibt kann was in die kommentare und ja leute haut rein und ciao so